Liebe Zuschauer, willkommen im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema Bauchgefühl. Die Entscheidungshebamme, der Emil Schmidt, ist dafür unser Experte. Hallo Herr Schmidt, schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Danke auch wieder für die Einladung, Frau Schneider. Herr Schmidt, jedem ist natürlich der grundsätzliche Unterschied zwischen Kopf und Bauch bekannt. Aber was macht das Bauchgefühl so besonders? Wir sagen ja zum Beispiel nicht, ich habe Schmetterlinge im Gehirn, sondern Schmetterlinge im Bauch. Oder ich habe Wut im Gehirn, sondern Wut im Bauch. Oder mir geht es jetzt gerade, schlägt das auf den Magen. Das macht es zum Besonderen, weil die Umgangssprache ja das immer sehr schön ausdrücken kann. Jedoch auch in der neurologischen Forschung hat sich zum Beispiel so gegen Ende des letzten Jahrhunderts durch den Amerikaner Paul MacLean herausgestellt, dass es im Bauch etwas Verwandtes von der neurologischen Strukturierung gibt, verwandt zu unserem Gehirn mit seinen neurologischen Clustern. Und da kam das Wort von dem Unterbauchgehirn, viszeral eingeweihte Unterbauchgehirn auf. Als ich dann mal Kontakt aufgenommen habe mit Gerald Hüther, dem bekannten Neurowissenschaftler, was er davon hält, er sagt, ja, das gibt es schon. Er wird aber nicht so weit gehen, jetzt dem Kopfgehirn gleich ein zweites Gehirn im Bauch, also einem viszeralen Gehirn, gegenüberzustellen. Also nach Ihrer Ansicht geht es eigentlich um etwas ganz anderes als um diesen Gegensatz zwischen Kopf und Bauch. Was meint denn Professor Roth im Allgemeinen dazu? Ja, Professor Roth, den Sie erwähnen, da haben wir in einem Vorgespräch kurz drüber gesprochen, der sagt ja, alle Entscheidungen, die wir treffen, und das ist eine sehr provokante Aussage von ihm, sind ein Drittel Sekunde alt. Also ist ziemlich abstrus, weil dann haben wir vielleicht keinen freien Willen mehr. Und das hat mit Beginn dieses Jahrhunderts, also im 21. Jahrhundert, eine breite Debatte entfacht über, sind wir etwas ausgeliefert, weil wir keinen freien Willen mehr haben. Und da gibt es natürlich genügend Forschungen darüber. Mit die spannendste fand ich von dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaftliche Forschung in Leipzig. Die haben an professionellen Pianisten folgendes Experiment durchgemacht, Augen verbunden. Die hörten eine kurze Melodiefolge, die ihnen vollkommen unbekannt war, zu spielen mit beiden, linke und rechte Hand, und sollten dann, nachdem sie es gehört haben, diese Melodiefolge wieder korrekt abspielen, wiedergeben. Die waren verdrahtet im Elektroenzephalogramm im Gehirn, wo die Handlungsimpulse angesiedelt sind, und mit dem Elektromyogramm, wo die muskulären Impulse, dass man die Bewegung, Tastatur auf dem Klavier und Piano spielt. Und da hat man festgestellt, dass, wenn die, weil sie es ja nicht kennen, etwas eine Note falsch spielen, vorher im Gehirn, also ein Handlungspotenzial schon da ist, gleich spiele ich falsch. Und im Elektromyogramm hat man festgestellt, etwa ein Hundertstel Millisekunden, also ein Zehntelsekunden, danach wurde die muskuläre Bewegung ausgeführt, also der falsche Ton gespielt, wenn auch interessanterweise mit Verzögerung, weil irgendetwas in ihnen wusste, dem waren sie aber ausgeliefert, dass sie jetzt gleich falsch spielen werden. Andere Untersuchungen, jetzt nicht mit Pianisten, sondern im anderen Setting haben gezeigt, dass dieser Unterschied zwischen Handlungsimpuls und muskulärem Bewegungsimpuls bis zu einer halben Sekunde differieren kann, sich unterscheiden kann. Was haben diese Zusammenhänge jetzt für Auswirkungen auf unser Bauchgefühl im Zusammenhang zwischen Kopf und Bauch? Stimmt, das gilt ja jetzt zu untersuchen. Was passiert da jetzt? Sind wir ausgeliefert? Was ist im Bauch angesiedelt? Also in unserem limbischen System sind unter anderem die emotionalen Erinnerungen aus der Vergangenheit angesiedelt. Und die werden reaktiviert durch Impulse von außen, indem jemand uns was sagt, uns an etwas erinnert, gut oder schlecht. Und dann kann es, und es kommt häufig dazu, dass wir nicht agieren, also bewusst handeln aufgrund dieser Bemerkung, die jemand macht, sondern wie reaktiv aus der Schublade. Also reagieren, in dem Sinn ausgeliefert sind. Und das heißt jetzt, diese kleine, doch winzig kleine Zeitbrücke, halbe Sekunde, okay, ist schon noch sehr klein und 100 Millisekunden noch kleiner. Wenn es uns gelingt, Ihre Frage ist ja, was heißt das für unser Bauchgefühl, diese Brücke so langsam jeder in seinem Tempo ins Bewusstsein zu holen, also nicht mehr ausgeliefert zu sein, eine Reaktion, sondern bewusst agieren zu können, wäre das ja schon ziemlich toll. Also Sie gehen davon aus, dass wir einem gewissen Automatismus unterliegen. Kann man den auf irgendeine Art und Weise unterbrechen? Ja, insofern gehe ich nicht mehr davon aus, weil ich ja selber an mir experimentiere. Und zum Glück gibt es mittlerweile schon Forschungen, veröffentlicht 2014 von Dr. J. Haynes von der Charité in Berlin. Der hat ein, wie ich finde, sehr aufregendes Experiment gemacht mit dem Ziel, ob sich das unterbrechen lässt. Und zwar hat er in einer ersten Runde Probanden mit folgender Anweisung vor einen Bildschirm gestellt. Wenn Sie ein grünes Signal sehen, sollen Sie mit dem Fuß Pedal drücken. Wenn Sie ein rotes Signal sehen, sollen Sie gar nichts machen. Erste Runde, der Computer, die Software hat eingescannt, A, B, C, D. Jeder Proband hat so seine Abstände. Zweite Runde, da wird es jetzt spannend. Jetzt wurde wieder das grüne Signal eingeblendet. Und abhängig von dem, wie in der ersten Runde die Probanden reagiert oder agiert haben, so wie man es sehen will, wurde so kurz danach, nach dem grünen Signal, ein rotes eingeblendet. Grün heißt ja, drücke das Pedal. Rot heißt, mach nichts. Wie viele Probanden haben es geschafft, nichts zu tun? Etwa 40 Prozent, was sehr, sehr viel ist. Und das fand ich sehr aufschlussreich, dass sogar die neurologische Forschung eindeutige Hinweise, für mich eindeutige Hinweise liefert, dass es möglich ist, von einem unbewussten zu einem bewussten Handlungsmuster zu kommen. Können wir das irgendwie trainieren, dass wir nicht blind unserem Bauchgefühl vertrauen? Ja, so wie meistens bei mir mit einer ziemlich einfachen Sache. Also wenn man erst mal wahrnimmt, dass das Bauchgefühl natürlich seine Berechtigung hat, dass es aber jedoch auch täuschen kann, indem man sehr impulsiv reagiert und meint, das wäre stimmig. Diese Zeitbrücke, von der ich spreche, passt das Bauchgefühl jetzt zu mir oder ist es eine Reaktion, die gar nicht stimmig ist mit mir? Hand aufs Herz. Wieder die Umgangssprache, Hand aufs Herz. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber es geht. Das heißt, ich habe quasi eine körperliche Instanz, eine Prüfinstanz, wo auch im Millisekundenbereich etwas durchläuft. Ah ja, mach es mal ruhig. Oder ja, stimmt, hier sofort, Moment, so nicht oder was weiß ich, ja toll. Also die Prüfinstanz hilft angemessener und auf Dauer sehr angemessen. Mit dem Bauchgefühl umzugehen. Und da folgt dann auch so, wenn das Training kommt, einen Dreischritt einzuüben zwischen ich beobachte, was ich gerade wahrnehme. Aha, ich wähle eine passende Handlung, möglichst bewusst. Und dann führe ich auch die Handlung aus. Das hört sich nach einer ziemlichen Gelassenheit an, die aber nicht unbedingt vom Himmel fällt. Wie sieht das aus? Was empfehlen Sie? Was soll man tun, damit sich diese Gelassenheit in jedem von uns entfalten kann? Also Sie merken ja schon, dass diese Untersuchungen sehr feinsinnig sind. Und wenn man jetzt noch feinsinniger eine Übung anbietet, hat man entweder keine Lust oder denkt man, das erreiche ich doch nicht, bleibe ich dabei. Ist doch okay, wenn ich als Mensch mal poltere. Oder Dinge sage, die ich vielleicht, wenn sie aus meinem Mund kommen, danach bedauere. Eine ganz einfache Übung ist wieder das Atmen, das bewusste Atmen. Dieses, was ich immer wieder gerne erwähne, ja, ich halte ja, wenn es heiß wird, den Atmen an oder Atme kurzatmig, werde kurzatmig. Ich mache auch kein großes Ding um meine Atmung jetzt. Ah ja, ich atme zumindest einmal richtig durch. Wenn da jemand ist, der von mir etwas will oder umgekehrt ich von dem Menschen etwas will, um mich ein bisschen in eine gute Distanz, nicht in eine Abwehr, sondern in eine gute Distanz zu bringen. Und dann kommt es eben natürlicherweise auch zu einem tieferen Atmen, dass ich gar nicht trainiert habe, sondern ich atme einfach tiefer. Und der wichtigste Tipp ist, das jetzt bitte nicht ausprobieren, wenn eine heiße Situation da ist. Also das klappt dann nicht. Ich gehe ja auch nicht mit der Fahrschule in der dritten Fahrstunde auf die Autobahn an irgendeinem Kreuz in der Rushhour, sondern ich gehe erstmal in Sackgassen, wo nichts los ist. Also Kasse, Supermarkt, drei Minuten warten, beim Arzt 20 Minuten warten, hoffentlich nur. Und da kann ich doch sitzen. Und nicht nur Smartphone, was ja auch gut ist, sondern einfach atmen. Lieber Herr Schmidt, können Sie für unsere Zuschauer die drei wichtigsten Punkte aus diesem Füllhorn an Informationen nochmal zusammenfassen? Also das Bauchgefühl kann auch zu einer Reaktion führen, muss es aber nicht. Das Zweite ist, um das für sich auf eine einfache Art testen zu lassen, Hand aufs Herz. Also alle Empfindungen, Gefühle durch diesen Proberaum, Herz laufen lassen. Und nicht immer sagt das Herz was. Das ist noch mein dritter Hinweis. Weil vielleicht manches noch eine Zeit braucht. Und dann reift Bauch, Verstand, inneres Wissen zum Besten von uns. Können Sie unseren Zuschauern noch eine weitere Information anbieten zu diesem Thema? Ich habe ein Buch geschrieben, ein E-Book, Einfach genial einfach, Ihr Abenteuer innere Stimme. Da habe ich zum einen meine persönlichen Erfahrungen mit Bauchgefühl, mit Intuition zusammengefasst. Zum anderen ganz konkrete Übungen angeboten. Und drittens neurologische Hintergründe, die wir gerade ansatzweise besprochen haben, auch eingefügt. Und gibt es bei Amazon und wenn ich will, man kann das auch über meine Website www.entscheidungsheber.de ordnen. Lieber Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie uns mit so wichtigen Informationen versorgt haben. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio. Untertitelung des ZDF für funk, 2017